Ina Müller im Interview Goldene Kamera. Sie sind die bestgelaunte Frau im TV. Woher kommt ihre gute Laune? Ina Müller. Wenn man mich nur auf die Sendung reduziert, kann das so rüberkommen. Wenn die Sendung losgeht, habe ich automatisch gute Laune. Aber ich kann auch anders. Im Alltag bin ich schon mal grummelig. Ich würde mich manchmal fast als Grampi Old Roman bezeichnen. Was aus dem Müllerschen Dreiklang? Singen, sabbeln, saufen hat Priorität. Auf singen könnte ich am wenigsten verzichten. Wobei das ja auch eine Art von sabbeln ist. In der Sendung keinen Alkohol mehr zu trinken. Das wäre aber eine Riesenumstellung. Wobei sie mittlerweile auch ohne funktionieren würde. Als wir vor 16 Jahren anfingen, hatte es etwas Anarchisches. Im öffentlich-rechtlichen TV wieder zu trinken. Mittlerweile wird in vielen Talk-Formaten Alkohol getrunken. Und die sitzen noch nicht mal in einer Kneipe. Die Höhepunkte der neuen Staffel. Da wir nur zwölf Sendungen im Jahr drehen, ist für mich jede ein Highlight. Oliver Welke war endlich mal da. Lars Klingbeil. Hort Carpendale. Sogar Reinhold Messner kommt demnächst. Das Tolle ist, dass ich die Gäste aussuchen darf. Ich bespreche das mit meiner Redaktion. Und die versucht immer, alles möglich zu machen. Für mich wäre es doof, wenn ich die Gäste serviert bekäme. So nach dem Motto. Das sind die beiden für die nächste Show. Gibt's Tabus? Dinge, die Sie Ihre Gäste nie fragen würden? Nein. Ich sage nur. Sie dürfen sich jetzt schon auf Inas Nacht mit dem Sternekoch Alexander Herrmann und der Hautärztin Jael Adler freuen. Der Abend ist so laut und lustig. Ina Müller über Angela Merkel. Wir sind beide protestantische, norddeutsch geborene, kinderlose Mädchen. Wenn Sie jeden Gast der Welt einladen könnten, wer wäre es? Angela Merkel. Wir sind beide protestantische, norddeutsch geborene, kinderlose Mädchen. Mich würde interessieren, wie Ihr Leben jetzt so ist. Mit Merkel würde ich gern über die fluffigen Themen des Lebens reden. Etwa übers Älterwerden, shoppen, und darüber, warum sie noch keinen Hund hat. Wann gibt's eine Ina Müller-Biografie? Inzwischen hätte ich tatsächlich Lust, irgendwas über mein Leben zu schreiben. Roman oder Biografie? Einen Bio-Roman. Lacht. Erstmal gehe ich Anfang 2024 weiter auf Tour mit meinem Album 55. Aber ich habe mir schon überlegt. Welche Minijobs ich im Alter machen will? Kartenabreißerin in der ELB-Philharmonie, Hoteltesterin, Kochen und Italienisch lernen, irgendwann ein Hund. Alles auf einmal? Klar. Nur mit dem Kinderkriegen möchte ich mir noch etwas Zeit lassen. Lacht. Kartenabreißerin in der Elb-Philharmonie. Untertitelung des ZDF, 2020